Das Original Hey, weißt du was? Wir haben für 200 Abonnenten erreicht! Respekt! Gleichgültig Ey, wir haben 200 Abonnenten erreicht! Ja, und jetzt? Hm Abo geil Wir haben 200 Abonnenten erreicht Das ist richtig genug Wir brauchen mehr, wir brauchen viel mehr, wir brauchen eine Milliarde! Action Ey, wir haben 200 Abonnenten erreicht Gut Werbung Oh mein Gott, Henry, wir haben 200 Abonnenten erreicht. Das ist ja unglaublich, ich kann es nicht fassen. Das ist mehrfach verwendet. Siehst du es? Gangster Yo, Dick, yo, yo, wir haben 200 Abonnenten geknackt. Wow, verkratzt, oder? Ja, Mann, das ist krass einfach. Alter. Das ist so der Hammer. Hey, bitte was? Verständigungsprobleme. Oh mein Gott, wir haben 200 Abonnenten erreicht. Wat? Sitcom Oh mein Gott, Jimmy, wir haben schon so viele Abonnenten. Ich kann es nicht glauben. Es ist unglaublich. So viele Abonnenten. Volksfest. Oh mein Gott, jetzt geht es hier los. Je, 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 je. Einfach, was, 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 was. Wir haben 200 Abonnenten erreicht. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das haben wir erreicht. Klicken. Okay. Macht seine Chance. Mein Kuh, wenn da. So, und da haben wir einige schöne Gratulationsvideos. Ja, also Leute, die Videos hier schickt haben, hätte ich nicht gedacht. Ja, 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 zum Beispiel das erste Video von OnlyStageClaus, schaut das jetzt mal an. TheStage is Yours. Hey ihr beiden und herzlichen Glückwunsch zu 200 Abonnenten nach 5 Monaten. Ich muss schon sagen, die habt ihr echt verdient. Eure Videos sind wirklich eure eigenen Ideen, die sind witzig und die Outtakes, die sind auch klasse und ich muss ganz ehrlich sagen, macht euer Ding weiter. Ihr könnt es wirklich schaffen, größer zu werden, groß zu werden und ich wünsche euch noch ganz viel Glück und liebe Grüße und ciao. Danke OnlyStrangeClaus für dein Video und jetzt kommen wir auch gleich schon weiter zu JCFTV. Ja, Meister der Kameras hier. Und bitte, Jörg. Ich bin Johannes von JCFTV und auch ich wünsche Pommels, Fritz, alles, alles Gute im Mittelalter. Schon über 200 Abonnenten, das geht jetzt wirklich richtig schnell. Ich kenne euren Kanal, seit ihr irgendwie 40 Abonnenten habt oder so. Und es kommt mir so vor, als wäre das ein Monat her, ich glaube, das ist drei Monate her oder so. Aber in drei Monaten, 160 Abonnenten oder was, ist schon wirklich eine Zahl, auf die ihr stolz sein könnt. Macht weiter so, bis dann. Danke an Johannes von JCFTV für deinen großen Clip. Und jetzt kommen wir zu zwei cool Typen von DuoTV. Und die haben uns ja auch eine Gratulation geschickt und das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Was? Lustig. Wir sind lustig. Hi, wir sind die Jungs von DuoTV. Und wir gratulieren Pommels, Fritz, recht herzlich zu über 200 Abonnenten. Ihr macht Kreativ-Videos, ihr habt geniale Ideen. Macht weiter so und dann wird die Abo-Zahlen einfach steigen und steigen. Viel Spaß noch dabei, Jungs. Und falls ihr mal auschecken wollt, was wir machen, klickt doch einfach hier auf unseren Kanal und lasst euch überzeugen. Vielleicht könnt ihr auch uns abonnieren. Danke Olli und Daniel von DuoTV für euren Clip. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten und das ist Team Aqua. Hier in dem blauen A hier. So. Yo Leute, da sind wir wieder. Wir sind Team Aqua. Und wir wollten Pommels, Fritz zu ihren 200 Abonnenten gratulieren. Ja, wir finden euch ziemlich geil. Ja, eigentlich gefällt mir Pommels, Fritz, ganz gut. Wir finden euch ziemlich geil, haben eure Entwicklung gesehen und wünschen euch noch viel Erfolg für die weiteren Jahrhauten. Pommels, Fritz. Ihr macht richtig coole Videos. Tschüss. Danke an die drei von Team Aqua. Hatten wir schön gemacht. Und jetzt kommen wir zu den Gratulationen von YouTuber am Displaykarat. Also ich wollte euch nur gratulieren für 200 tolle Abonnenten und ja, tschau. Danke YouTuber für dein Video, 3D-Animation, sehr schön. So und jetzt habt ihr natürlich auch leise Kommentare hier geschrieben. Und die werden wir jetzt mal ein bisschen durchlesen und ein bisschen promoten. Das war ein Kommentar, das hast du da, ich spiele nicht Klavier. Fangen wir auch direkt an. YouTuber schreibt, ihr seid echt cool und ich gratuliere euch zu 200 Abonnenten mit einem D-Abo. Ach, was für ein Scherz. Wenn ihr so weitermacht, werdet ihr groß und stark. Meistryman schreibt, Glückwunsch zu 200 Abonnenten. Sabine Schneckchen schreibt, herzlichen Glückwunsch zu 200 Abonnenten. Habt ihr euch redlich verdient. Ich kann nicht sagen, welcher Film kürzer ist, die Ankunft oder die Verspätung. Ich würde sagen, beides. Beides. Das GearLP schreibt, Glückwunsch. Und Miss Horstful schreibt, Glückwunsch für 200 Abonnenten. JoesTV schreibt, ich wünsche euch alles Gute zu den 200 Abonnenten, doch wünsche euch natürlich noch mehr. Und Miss Impulsi schreibt, wieso kannst du diese Musik verwenden und bei mir wird das dann gesperrt. Das hat nichts zu tun, aber egal. Mal mega unfair, tolles Video. Hashtag Glückwunsch zu den 200 Abonnenten. Diese Frage wurde schon in den Kommentaren geklärt und falls ihr sie nachlesen wollt, dann geht einfach auf den Film. Die Verspätung. Und Sky Raven schreibt, Glückwunsch zu 200 Abonnenten. Danke. 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 Und danke. Danke. Das war unser 200 Abonnenten-Special mit viel Mitspielrecht für die Leute. Danke für alle die Leute, die die ganzen Sachen eingeschickt haben und geschrieben haben. Und natürlich auch kommentiert haben, weil die Gäste sprechen hier gar nicht. Und an alle, die es noch nicht getan haben, die können natürlich hier abonnieren. Ähm, hier. Und hier gibt es ältere Videos. Ja, so wie immer. Und teilt das Video auf Facebook und verreut euch am Leben und heute Abend. Ist das Finale. Heute Abend. Ist das Finale. Alle Deutschen Niederauendrücken, auch wenn ihr aus Argentinien seid, trotzdem Deutschen Niederauendrücken. Und, ähm, ihr werdet heute gewinnen, schreibt es hier. Ach Gott. Die, eigentlich die Frage ist hier überflüssig. Jogisch, Jungs, packen dich. Jogisch, Jogisch, Jungs, die können dich packen. Jungs, Jungs, die können dich packen, Jungs, die können dich packen, Jungs. Also nicht, aber auch nicht, die Spiegerei. Ach, sie haben einen, ähm, Fußballspieler, sagen wir mal nennen. Ein Dävenmachler. Also, tschüss und, ähm, gott gott. Äh, ja, tschüss. Tschüss. Ich hab tschüss gesagt. Ich hab noch nicht tschüss gesagt. Tschüss. 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 Achtung, es gibt gleich noch eine Überraschung. Tschüss. 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 Ich hab mich selbst in die Nase. Wenn ich mich so... Ja, also, äh, den Pokal nach Hause zu holen, Philipp, wäre natürlich, äh, sagen wir mal, heute das Ziel für uns gewesen. Ähm, und, äh, ähm, äh, wir schaffen es natürlich heute in diesem Spiel, können wir es packen gegen, äh, die, äh, sagen wir mal, eher nicht ganz überzeugenden Argentinier. Und, äh, was, äh... Ja, äh, also, ich glaub schon, äh, dass wir, äh, gewinnen das Finale, aber ich weiß natürlich noch nicht, äh, wie es jetzt ausgeht, aber ich bin da schon zuversichtlich und erhoffe, äh, dass wir hier gewinnen. Letztes Mal haben wir es nicht geschafft, äh, zu Null zu spielen, weil dieser Oskala, der, äh, ja... Sieben, eins, äh, war schon zu kratzt. Also, das Eins, das eine Tor hätte schon nicht sein müssen, also, ah, dann wäre ich auch mal ausgerastet, aber so, äh, ging's nicht. Ja, man hat ja, aber, äh, am Spielfeldrander so gesehen, und zwar ja schon ziemlich, äh, ganz schöner Abendheuerlustig, ja. Ja, ich weiß nicht, äh, äh, wir packen nicht heute und äh, ja, auf die Schicksalsspiel. Jetzt gehen wir zum Spiel. Jetzt gehen wir zum, äh, Spiel, äh, los. Ja, stimmt. Los! Osti, los! Läены!